es zählt kein abseits 1 0 mit dem halbzeit pfiff da ist der ausgleich kategorie mülltor ist halt bisschen ärgerlich weil du einfach nach der ersten halbzeit dachtest du ist noch ein bisschen mehr drin aber sonst der typ ist so gut der mann gar nicht so gut oh mein gott tommy hat er technisch so geil gemacht endo naja kommt fast durch kriegt bald zurück endo junge was eine weiterleitung von kalajic mit der hacke so satt auf die ecke bringen jetzt kommt sie rein mafropanos nein das war ein enges ding weil mafropanos köpft das ding gut gehalten von jahrstein unten und dann springt quasi der ball so weg dass Förster gerade so das ding nicht mehr trifft als abstaube aufs leere tor jetzt kommt der freistoß nicht schlecht kalajic oh bruder oh junge so frei so frei er ist ja komplett alleine ein muss nicht aber da war wirklich sehr sehr viel mehr drin bei dem kopfball junge junge kalajic komplett frei dabei ist auch klar sogar für ihn auch ein ticken hoch fast aber für seine zwei meter kann den ball auch trotzdem besser aufs tor bringen oh fehler endo hohes ding kalajic oh man gute chance fehler von berlin hochgechippt auch kalajic der trifft ja angenommen geil abschluss mit links nicht geil knapp rechts vorbei also mittlerweile ist es wirklich ein glückliches 0 zu 0 für die berliner mittlerweile wirklich ein glückliches 0 zu 0 für die berliner muss man schon fast sagen so toll im freistoß nähe so ist erbrinken clever kalajic 1 zu 0 aber abseits aber abseits sehr sehr schade geil gemacht clever clever gemacht tommy läuft hin ja ja doch da ist leider ein schritt zu weit vorne aber sonst hätte takt sonst wäre taktik aufgegangen sonst wäre die taktik aufgegangen tommy läuft hin steht drauf und dann sosa schlägt erst rein also wirklich eine gute taktik aber glaube ich war wirklich einen schritt zu früh außer halt weil gut ist halt die frage weil er darf halt ja ab hier ab dem arm darf er kein tor mehr erzielen ist jetzt halt die frage dann weil er darf ja ab hier quasi mit arm und hand kein tor mehr erzielen und das ist der hauptbereich der abseits liegt ist die frage ob ob quasi auch schon hier oben ob hier schon quasi er abseits ist es wieder eine absolute millimeter entscheidung da muss die kalibriere linie wieder raushauen jetzt bin ich mir sehr gespannt wie gesagt der bereich der abseits ganz klar abseits ist ist das hier arm und hand damit darf aber kein tor schießen das war die hacke von berliner war noch ein ticken hoch und auf einer ähnlichen höhe wie hat der bereich mit dem noch ein tor schießen darf am körper oder kalajic das hat man ja gesehen es zählt kein abseits 1 0 mit dem halbzeit pfiff 1 0 mit dem halbzeit pfiff sehr geil es zählt 1 0 sasa kalajic nach dem gerade schon viel besprochenen cleveren freistoß sosa auf sasa und zwar tatsächlich kein abseits erhebt sind mit der hacke auf der berliner klopp jotex sogar erhält sind mit der mit der hacke hebt das auf mit dem halbzeit pfiff geht auch vollkommen in ordnung sehr sehr geil auch ein top zeitpunkt natürlich ja radon jetzt gedira und radon jetzt das können sich sehr sehr wichtige und helfende wechsel für die berliner sein die können später berlin natürlich sehr sehr beleben glaube ich ob jetzt vielleicht oh nein 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 karaso mit dem fehler sehr stark von anton sehr stark von anton das war ein dicker fehler von karaso hat sich das sehr locker abkochen lassen von kunja der chip dann stark überkobel und dann kann anton vor linie noch weg köpfen zur ecke das war eine dicke chance man kann damit der hacke abgewährt jetzt ist ja mal wieder ein ticken weiter weg vom 16 aber jetzt müssen wir wirklich da hinten weg verteidigen war da ist der ausgleich luka netz kategorie mülltor kategorie mülltor der ball kommt irgendwie oben hoch irgendwie kommt der ball oben durch dann trifft den ball gar nicht richtig was gut war weil dadurch unseren keeper bisschen verarscht hat ja trifft den ball nicht mal dadurch hat der kubel verarscht vorlage von gedira das ist nicht euer ernst vorlage gedira und der gerade frisch eingewechselte netz macht das eins zu eins einer 82 zwei sehr junge frische wechsel sie kommt rein für förster guter wechsel kalajic geht auch raus und klimovic kommt zwei junge frische hüpfer mal gucken das ist es eher das zeichen von wegen du 1 1 nö die gehen auf 2 zu 1 gefällt mir gefällt mir mal gucken was ein scheißball von karaso so anton hatten zum glück nähe verlierten ball auch wichtiges faul von karaso sehr sehr wichtiges faul von karaso fehler von anton davor fehler von karaso dann hätte wenn du sie gut verteilen können es wäre eine riesen chance geworden vermutlich für den berliner noch den einen langen ball nach vorne bekommen schauen wir mal ich denke eine chance kriegt man schon noch wenn man es halt rausspielen so sosa da kommt die flanke kommt nicht ganz wenn du sie mafropanos fernschuss mafropanos und der war knapp links vorbei und da ist der abpfiff eins zu eins in dieses spiel gegen die hertha ja geht aber in ordnung ist eins zu eins ganz bestimmt ist in ordnung bringt 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 uns mehr als berlin denke ich mal nach der ersten halbzeit sehr schade weil das ist wirklich hast du verdient geführt warst viel besser drin keine gute halbzeit von berlin da hast du in der zweiten halbzeit gefühlt aufgehört zu spielen da war halt wirklich nichts weil wir hatten gefühlt keine nennenswert große chance jetzt außer vielleicht noch am ende des von mafropanos sonst fällt mir gerade aus dem stegreif keine wirklich große chance ein berlin deutlich besser in der zweiten halbzeit vor allem nach dem doppelwechsel kedira radon geht schon durch dann vermutlich auch kunja einfach besser aufspielen konnte und danach waren sie wirklich gut am drücker bis 1 1 dann irgendwo auch okay klar das tor war es auch nicht wunderschön bisschen mehr glück als verstand also am ende mehr glück als verstand beim erzielen vom tor in rasen reingehackt und dann dadurch quasi dadurch quasi das tor erst erzielt doof gesagt ja ja irgendwie keine ahnung weiß nicht so richtig mit 1 1 anfangen soll ist jetzt nicht ist es nicht schlimm ist es aber auch nicht geil deswegen keine ahnung geht in ordnung ist 1 zu 1 vom spielverlauf ist halt ein bisschen ärgerlich weil du einfach nach der ersten halbzeit dachtest du ist noch ein bisschen mehr drin aber sonst ist am ende in ordnung und dann sind es ja bisher ist die planung auf er auf den unschienen getippt und punkt gegen berlin und dann die nächsten beiden spiele köln und schalke bitte jeweils dreifach punkten und dann bist du in sachen klassenerhalt durch und dann sind wir quasi dann noch voll in dem plan drin deswegen auch jetzt nicht irgendwie groß schlimm heute nur halt ein bisschen und ich nach der ersten halbzeit verein